300 Meter Hürden der Schüler M15, Bahn 3, Felix Repp, Jan Selner auf der 4, Julian Baum auf der Bahn 5. Drei Athleten, die sich um den Titel des hessischen Schülermeisters über die 300 Meter Hürden streiten. Der Felix Repp ist ja schon erfolgreich im Hochsprung gewesen. Hier kommt ihr jetzt als erstes auf die Ziehkarte. Felix Repp im Hochsprung erfolgreich und jetzt hier bei den Hürden. Jawoll, ich denke mal, da passiert nichts mehr. Felix Repp, Helge Langgrenzo bei Kleinen, 42,01. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Meier. Man nimmt 5,58 Meter von der Lisa Meier. Helge Langgrenzo bei Kleinen. Ich habe die Verkaufsbegabe.